so guter leute herzlich willkommen zurück zu 1 2 1 mit der weise domini laufen gar nicht nur leg hier wie ihr seht eine schöne fette pistole das piste bescheuert gut aus wir laufen wird hier so der sonne entlang aber das sollte man ja so nicht essen ist die gute fangenstation da habe ich auch genau in diesen zwei stellen war hasenfleisch gefunden haben wir wollen uns auch mal so eine hütte hier bauen aber nicht direkt hier außerdem haben wir noch nicht hier solltest du aufpassen die ist sehr gut vorbereitet wir haben wir haben halt nichts scharfes das ist an dem der scheiß wir haben nichts scharfes spieler da ist ein spieler und spieler hatte da hat nichts da hat kein rucksack und nichts er hat nichts er hat es noch nicht gesehen dass man kurz erst ins haus gehen dieses haus kann sein also das ist sauge sichert dass der man kann da schon sein also kreis kann bis jetzt keine sichere das haus als das hier ist nichts und die badel hier ist halt nichts mehr hoch und pass auf dass ich irgendwie verbacken stirbst man ja das ist schlecht aber da kann man sich ist mir davor schon passiert als bisschen boden wenn er mir was im boden würde also es ist der sicherste ort momentan gut wir laufen jetzt mal da nicht nur darüber müssen aufpassen weil der typ wird auch gut wahrscheinlich vor uns ja also werden wir dann auf jeden fall auch vielleicht auf die schnauze geben ich würde gerne mal wissen wie wir jetzt was braten können oder womit zumindest ich habe hier noch nichts gefunden kannst du ein feuer machen mit irgendwelchen sticks mit branches oder sowas das muss doch das kann man das sogar nicht von dieser der von der ente kommen wir mit dem wir sind von dem wir haben doch ganz von links ist es machen was im tippt und über das heißt auch nicht überraschend im hause kann ich machen der linke an der es nicht hey there's a lot domo's put the ball wait put your bow where we shoot you don't run your fucking bastard don't run Du bist jetzt tot, du bist tot Ich sagte nicht, nicht renn, Mann Rennst einfach Nicht renn! Das ist noch einer, pass auf Das ist noch einer Lass die f***ing Böe weg! Lass die Böe weg! Lass die Böe weg! Lass die Böe weg! Lass die Böe weg! Okay Hast du nichts? Hast du nichts für mich? Lass die Böe weg! Lass die Böe weg! Alter, ist der leiser! Was sagt der? Ich verstehe nicht! Ich kann dich verstehen! Der hat aber halt den f***ing Was machen wir mit dem? Ja, den Stick! Töt den, scheiß drauf, töt den Also schieß ihn mit dem Böeben Ja, den kann ich nicht mit einem Schuss töten Dann schieß den einfach Er ist einfach ne Bedrohung Wahrscheinlich hat er eh nix, aber er ist ne Bedrohung Kann ich nicht mal looten da jetzt Guck mal, wo der andere hin ist Was hat er? Oh, der hat ein paar Pfeile gehabt Ah, wer haben wir denn sonst getötet Tatschlo, Tatschlo nämlich mit Böse, ne? Da hinten ist er, da hinten ist er Oh, der hat viel Crap of Clothes und viel Blackberry Aber ich kann damit nichts anfangen Nimm du mal das Zeug Ich hab keinen Platz mehr in den Taschen Ich hab auch nichts Ich hab gar keine Taschen Achso Ich hab keinen Ducksack Unten rennt einen, aber scheiß Was denn denn? Und falls ihr denkt Oh, ihr seid jetzt voll die krassen Killer Man muss das so machen Wir wollen nämlich hier den ganzen Ort ablooten Das kann aber nicht sein, dass wenn wir looten Dass der einfach von hinten kommt und das mit dem Stick irgendwie bearbeitet Weißt du? Naja Muss nicht sein Okay Ich hab seinen Sertel mitgenommen Sonst wenn wir irgendwelche Hier bin ich Hinter dem Naja Wenn wir irgendwelche Leute auf der Straße finden, wo wir halt nicht irgendwie looten wollen oder so, dann lassen wir die meistens immer gehen So, check mal du da Das ist nix Aber ich find hier irgendwie auch nie was in den Refriginators oder so Ich find da nie was Ich guck da gar nicht mehr Ich find da echt nie was Ich bin hier vorne draußen Lass uns mal Hier in die Hütte Okay Vielleicht haben die irgendwas übersehen Vielleicht haben die auch nicht alles gelootet Da ist einer Don't move Don't move So friendly I don't have anything on me Okay Okay Just go Won't hurt you Wie der weglebt Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Oh mein Gott Alter Schau mal Wieder weglebt Warte mal Ich gucke mal ob er jetzt an der Haus ist oder so Ich fahrschöre jetzt ein bisschen Hier warte ich eben, wo bist du hin? Raus mich aber, was ist es anhaus? Ich bin jetzt ins andere, das nächste Haus Ich bin jetzt ins andere, das nächste Haus Ich glaub das ist komplett weggerannt, könnte sein Glaub auch Gut, weil hier ist nämlich Essen, weißt du? Ich will das Essen für mich haben. Ja, Boga. Hast du noch Essen? Hast du noch Essen? Nee. Oder warte mal. Wir schauen mal in die Häuser. Blackberry ist halt aber nichts mehr Wichtiges zu essen. Oh, hier liegt ein Bogen. Brauchen wir nicht. Warte mal, vielleicht ist es besser. Ja, doch, ich brauche ihn. Ich brauche mal ein Chest-Tile. Wieso? Man kann sich ja einen neuen kraften, Alter. Ah, gut. Ich bin ein Zufall. Oh, es war ganz so lustig, wie der weggegangen ist. Ja, schau mal. Okay, bitte nicht schieben. Wir gucken weiter. Jo, gegenüber. Aber aufpassen, man kann die wissen. Aber seht, die ist nämlichens nett. Da war keine mit einer. Bis auf der eine. Ja, der war halt, ich weiß, der hat halt gestickt. Ich weiß nicht, ob ein Helm besser ist oder nicht. Doch, ein Helm ist besser. Weil, hast du ja gesehen, du brauchst. Ah, stimmt, stimmt. Ja, dann nimm ihn, nimm ihn. Wo? Ja, da, oben, hier. Hier. Er reduziert den Schaden. Eben. Hast du eh gesehen. Ja, ja. Malerweise wäre er, glaube ich, mit einem Schuss tot gewesen. Ja. Der ist rot bei dir. Ich bin rot bei dir. Geiler Kombi. Rot-weiß. Aber wie der Typ weggelandet ist, das war eh PJ. Ist auch geil. So, das Haus hatten wir schon. Das hatten wir schon. Gehen wir noch vor. Es gibt viele Häuser da vorne. Hier links waren wir noch nicht. Waren wir doch. Ja, wir haben schon. Ja, stimmt. Waren wir doch davor. Hier unten waren wir noch nicht. Oh Mann, ist das auch geil. Oh, das macht das richtig Spaß mit der Pistole. Hier ist Wasser. Das haben die wenigstens Angst. Das ist empty. Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn einer mich mit der Waffe bedroht und sagt, komm, verpiss dich. Und ich bin dabei ganz froh, dass ich da hergefunden habe. Eben, da noch zu zweit. Dann laufe ich auch, ganz ehrlich. Ja. Aber es war halt so lustig, wie er weggelaufen ist. Hilfe, bitte. Ist hier irgendwas. Sehr geil. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Nee, machen wir nix. Gut, weiter. Ich brauche halt unbedingt was zum Essen. Ich habe keine Energie mehr. Aber hier sind wir. Ich kann doch Bären nicht fressen. Doch, doch, habe ich noch. Nein, fress Bären. Ich weiß nicht, ich jetzt im Essen. Ach, komm. Ah, ich habe auch was. Da ist doch was. Wir müssen halt gucken, dass wir einen Rucksack finden unbedingt. Ja, so einer wäre ganz geil. In welchem, dass einer von uns einen Rucksack hat. Ich habe ja den Sack mitgenommen von dem Typ. Mit dem Helder eben. Das ist auch gut. Der ist ganz hilfreich. Sieht man ja eigentlich, dass ich den anhabe? Nö, gell? Setschel? Nee, siehst du nicht. Das ist, glaube ich, am Gürtel einfach dran. Ach so. Weil der 300 Platz, das Scheißding. Oh, ich hätte hiermit ein Lagerfeuer gemacht. Da könntest du auf jeden Fall dein Essen machen. Ey, ich müsste es mal anziehen, oder? Vielleicht ist es halt ein Feuer, brauchst du. Ach, hier ist es. Doch, hier ist was. Nee, Woodplank brauchen wir nicht. Woodplank, nee. Woodplank brauchen wir nicht. Und genau hier, Leute, wurde ich davor erschossen. In diesem Haus bin ich hierher gekommen. Hab mich geduckt. Und es sind zwei Typen mit der Stoß und seinen haben mich erschossen. Mir hätte es eh leid getan, dass ich das nicht aufgenommen habe, irgendwie. Aber es war halt unerwartet, ja? Lass da drüben nochmal in das Haus gehen, dann haben wir hier die Häuser abgegrast, glaube ich. Die beiden noch. Nee, das eine nur noch. Das eine, das grüne haben wir schon, ne? Grüne haben wir. Und der eine hat sich gelettet, in dem er weggelaufen ist. Hat man wahrscheinlich auch getötet. Aber wenn die, wenn die eh wegrennen, ohne dass sie kurz stehen bleiben und mit uns reden, sind sie tot. Ja. Hier ist nix. Es hört sich zwar halt wirklich hart an, wenn man das Spiel nicht spielt. Aber es ist halt so. Jetzt ganz ehrlich, äh, ja. Ich würde es denn echt auch nicht anders machen. Guck mal, hier sind zwei Säcke, komm mal her. Wo? Hier sind drei Säcke sogar. Wo? Naja. Hier vor dem Haus, aber den kann ich nicht nehmen. Warte, das sind Blackberries, okay. Ah. Nix Besonderes. Naja, was soll's. Gut, dann checken wir mal da hinten. Trink mal gerade mal ein Stagnant Water, warte mal. Okay. Mal kurz ein bisschen Flüssigkeit. So, okay. Ich werde dann vorne im Haus was essen. Welches Haus? Gerade vorne das Haus. Gerade aus direkt. Ja. Das große ist gut verbarrikadiert, aber man kann dann den Weg hinein. Ja, guck mal gleich. Ich werde davor schon hineingelaufen. Wollen wir dann wirklich nach Cranberry? Nee, nee, nee. Noch nicht, noch nicht. Verrecken, wäre ja böse. Nee, nee, nee. Ich habe eine Pistole, weil ich will die nicht wieder verlieren. Ja. Es macht gerade einfach viel zu viel Spaß, Leute, damit zu bedrohen. Hä? Hast du das? Achso. Ja, ja. Ich bin hier drin. Und Purified Water. Weißt mal gerade die Empty Bottle weg. Die nervt nur. Ich habe Purified Water. Oh, hier ist auch ein Helm. Hier können auch Rucksäcke sein. Musst du halt so ein bisschen gucken. Grau. Ich nehme mal den Grauen. Hm? Wir müssen halt schauen, dass wir einen Rucksack finden. Ja, wäre mal ganz geil. Hier gibt es aber auch welche. Habe ich jetzt das Wasser genommen? Ich habe keinen Platz fürs Wasser. Kannst du schreddern. Ich habe keinen Platz fürs Wasser. Ich habe keinen Platz fürs Wasser. Und du, hast du Platz? Gerade noch so. Nein, ich brauche nicht nur Wasser. Oh, hier sind Dings. Die ich mal jetzt an. Ja, ein blau-oranges T-Shirt habe ich jetzt. Was? Ich gehe zum nächsten Haus hier oben. Guck mich an, so sehe ich aus. Schön. Dass du mich verwechselst. Minimis geburt. Du hast, glaube ich, auch noch kein T-Shirt an, oder? Nee. Doch, nee, wie T-Shirt. Ah. So, da hat hier zwar verballrikadierte Lappen, aber hier hat er offen gelassen. Hier sind zwar welche. Ja, ja. Aber hier kannst du dann natürlich... Unten ist noch ein Haus. Hier war ich schon drinnen. Hier sind auch noch mehr Häuser. Oh, es lag gerade bei mir. Mir nicht. Geht wieder. Wir können lag so ein bisschen. Im B-S-E-Nix drinnen. Größtenteils. Hier ist immer leer. Vielleicht gibt es ja was. So eine Ranzbude. Aber hier kann man sich halt einquartieren gut. Wood or Charcoal. Hast du noch Woods? Ich probiere mal gerade was. Oh Mann, ich finde gerade... Was? Was willst du? Jetzt habe ich es weggeschmissen. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Ich habe... Ne, ich habe kein Wood. Ich habe Wooden-Elber, oder das war es. Ne, ne. Ich habe Woodsticks. Oh, meine Pistole ist gerade weg. Was? Mein Spiel hat sich aufgehängt. Pistole da? Ich habe gerade ein Standbild. Ja, ich konnte hier da echt. Habe ich da selber abgeschmiert. Oh, bei dir geht es ja noch, gell? Ja, bei mir geht es noch. Dann ist mein Spiel einfach am Arsch. Hier, bei dir geht es noch im particee. Dann aber ich zurück. Oh, ich werde das ins Team bir inevitable kör. Ich werde das HemperET geboühади. Ich werde da nicht ganzessetzen. Und bitte so, ich werde das umtrotendê assistance. Und da sabes wie immer die R先 Daher. Das nur das ist aber immer wieder we실ig. Also, ich bin Fantasy des Wunnerges. Hey.